hallo heute wollen wir mal eine video besprechung machen beziehungsweise einen kleinen podcast habe ich mir überlegt und zwar für das video weniger verbrauch 12 volt batterie alles klar genau um das video geht es vielen lieben dank david da haben wir gleich unseren gast heute den ich mir eingeladen habe und zwar den david mensch du mal dumm winken nicht so schnell mensch ja und zwar geht es wie gesagt um eine video besprechung dass wir mal auf ein paar punkte eingehen und vielleicht ein bisschen länger darüber quatschen um was es da genau geht was wollten wir hinaus oder was bedeutet das ein oder andere und um später vielleicht im zweiten podcast ein anderes video zu besprechen wo eben ein paar fragen gesammelt wurden oder ihr habt jetzt eben fragen zu diesem video oder zu den ein oder anderen sache oder einfach unten in die frage in die kommentare rein ja wenn ich nicht fragt action oder fragt david als hashtag bitte dann suchen wir eure dinge raus beim nächsten mal nehmen wir die mit rein und zwar grundlegend geht es darum dass wir unten david zusammen aufgefallen ist dass eventuell das ein oder andere in meinen videos ja vielleicht nicht so rüber kommt wie es rüberkommen soll oder vielleicht falsche begriffe verwendet wurden oder et cetera ich denke wir starten einfach rein in die geschichte und dann wisst ihr und seht ihr was ich meine und worum es geht so genau wenn ihr jetzt wir lassen jetzt einfach laufen und du tust dann stopp kuckuck den mich ja mal wieder ich sitze immer noch mit lieb wie im discord wir haben gerade rum überlegt den unterschied mal zu zeigen weil wir zeigen ja jetzt schon die ganzen tage immer pulse die zurück zum eingang gehen aus den aus den duty schaltung und so und wir wollten einfach mal zeigen dass das nicht normal ist damit die leute nicht auf die idee kommen das könnte normal sein dass alle schwing schaltung oder was auch immer energie auf die batterie zurück pulsen und zu dem zweck habe ich mir mal meine 12 volt batterie rausgeholt und habe so ein schaltwandel hier angeschlossen sind reines chinesium wunderwehr stopp der schaltwandel was ist denn das was schaltet er und warum schaltet er für was in der gut der schaltwandel ist ein bisschen unglücklich also im grunde genommen ein step up oder step down ok der macht also aus dieser 12 volt spannung und eine andere spannung entweder hoch oder runter so wie man es dann braucht für das einfache verständnis für den einen oder anderen früher wurde ja das weiß vielleicht jeder ein transformator genommen zwar um aus 230 volt 12 volt zu machen oder wie auch immer und diese step up step down das sind sozusagen die trabos der heutigen zeit so vereinfacht gesagt die können eben dasselbe was ein trabo macht aber ein bisschen sparsamer ein bisschen neuer ein bisschen besser halt also im grunde genommen das bedeutet also diese step ups diese schaltwandler wie mich das gesagt hat sind im gegensatz zu damals effektiver ja ja definitiv aber da wurde ja keine ahnung 1800 schleife irgendwas erfunden und wir sind einfach effektiver genau und auch genauer einzustellen blablabla ist einfach fortschritt alles klar dann mal weiter bitte ich habe aus sie an die batterie geklemmt ganz gleich wieder stoppen was ist denn jetzt ein ausziehen jetzt muss ich mal gucken ob ich mir das hier so umschalten kann die menschen war mal kleine regie hier merkte mal kurz denn muss ich trotzdem immerhin ein herz mit ok ist egal jetzt noch mal eine frage aus sie was sie was ist nur aus sie und dafür was braucht man hat und heißt das aus sie aus sie oder gibt es da auch einen richtigen namen für das heißt oszilloskop erst mal ok und was macht dieses oszilloskop ist mit dem oszilloskop kann man spannung messen also ganz vereinfacht gesagt ist ein oszilloskop ein multimeter damit multimeter kann man ja an der batterie rangehen und messen 12 volt und das kann ein ost sie auch aber noch 1000 mal besser 1000 mal mehr reingeguckt und viel genauer man kann sich signal verläufe angucken also ob du jetzt an aus an aus und so machst alles klar was ist also einfach gesagt ist es ein hochkomplexes multimeter wäre genau die richtige zeit fürs video um das jetzt einzublenden das oszillos bild normal die zuschauer haben ja hoffentlich das video gesehen beziehungsweise wir sehen es ja jetzt im video also ich weiß noch nicht ob es audio wird oder video das mal gucken ja gut und ich ziehe jetzt hier mit einer 12 volt led die auch heiß wird hier so eine ding ziehe ich es um die 5 watt und ich messe mit dem oszillos direkt über die batterie sieht er hier wo der taschkopf angeklemmt ist plus minus so und das oszillos bild das ist ein bisschen unruhig bissel zappelig da sehen wir zweierlei dinge wir sehen einmal meine übliche störfrequenz was vermutlich wieder der dcf 77 zeitsender ist möglicherweise das ist denn jetzt ein zeitsender was hat der denn jetzt mit dieser messung zu tun naja das das oszilloskope ich vorhin gesagt habe das ist sehr sehr genau und jetzt mal ganz vereinfacht gesagt das kann im grunde genommen messen also du misst und du hustest und es wird das schon was anzeigen also übertrieben so das ist sehr sehr genau und dieser zeitsender das ist für die ganzen funkuhr also wenn du so eine funkuhr hast oder so ein kleines thermometer was du irgendwo hast mit einer uhr dann wird ein signal wie ein radiosignal sag ich mal wird deutschlandweit geschickt das und das kriegen die uhren und dann stellen die die uhrzeit ein das nennt mal zeitsignal okay können wir jetzt mal einen kompletten schnitt machen gleich kommt der postbote so wo war man ja sagen wir jetzt mal in es ist halt ein zeitsender hat das hat man jetzt schon gesagt und in dem fall ist das jetzt eine messtechnische störgröße also wir wollen den zeitsender jetzt ja nicht messen geht das hat also nichts mit der messung zu tun das ist in dem video leider auch wieder blöd sag ich mal okay das kann also mit auftreten wenn man das misst ja definitiv okay dann bitte weiter in dem umschalten durch naja die profis auch was jetzt nicht so gut erkennen können aber ich werde gleich rein suchen ich kann auch darauf auf trägern da sieht man so einen kleinen nadelförmig aber jetzt jetzt muss jetzt hake ich gleich mal ein wer das hatte ich mir oft geschrieben wir haben so eine kleine vorbesprechung sag ich mal gemacht und da hattest du gefragt was bedeutet triggern und das triggern hat jetzt wieder mit dem also immer also machen wir so also das zeitsignal ihr habt gesehen wird ziemliches gewusel so also wir haben das zeitsignal wir haben natürlich alle anderen störzenter und alles was es noch auf diesem planet gibt ist da auch mit drauf das wollen wir ja gar nicht sehen so und in diesem ganzen gezappel ist irgendwo das drin was wir messen wollen so und das kannst du beim oszilloskop ja wie soll ich das jetzt beschreiben keine ahne welche also man kann halt ein bisschen hin und hinher zoomen wo er dann rein guckt also wo du die skalierung noch mal änderst und noch mal weiter rein guckst bis du eben deinen puls siehst also man kann es festhalten das bild ja ich würde in dem fall ich weiß nicht die korrekte übersetzung von triggern aber wie anvisieren oder anpeilen oder ne okay so und ja ist jetzt halt hier unglücklich man bräuchte da bessere messtechnik und et cetera mit abgeschirmten zeug also im grunde genommen bräuchte man abgeschirmten raum dann hätte man das nicht ne und dieses triggern ist aber auch jetzt nehmen wir mal an wir haben eine frequenz die extrem stark ist also extrem hoch ist also was weiß ich ein paar megahertz oder oder gigahertz das würde bedeuten würden je nach einstellung vom oszilloskop würden wir nur eine wackellinie sehen ganz viele wie beim wie beim beim arzt dieser herzrhythmus gerät das wäre jetzt das sind ja unser herzschlag so und das ist das seht ihr auf dem oszilloskop wenn das jetzt eine milliarde mal wäre dann wäre auf dem bildschirm eine milliarde solcher dinger ausschläge wie euer herzschlag so und jetzt sagst du wir wollen aber einen nur sehen und das meinen wir mit rein zoomen triggern dass wir nur diesen einen uns mal angucken nicht eine million da sehen wir ja nichts sondern wir zoomen rein dass das kommt jetzt so gleich im video wo er dann ein puls nur noch zeigt also in einmal hoch und runter und nicht sechs milliarden mal ja alles klar ich denke das ist schon wichtig den puls der nach unten wandert ich werde das display jetzt mal anhalten war sogar an der richtigen stelle jetzt kann ich mal rein zoomen hier sieht man wie die wie der schaltwandler die batterie belastet der ausschlag nach unten das sind ungefähr 20 millivolt das ist 20 millivolt pro kästchen das ist ungefähr ein kästchen jeder ausschlag ich kann es auch noch ein bisschen größer machen mal gucken so jetzt haben wir 10 millivolt pro kästchen die spitze nach unten ist zwei zwei kästchen also wir haben 20 millivolt sagen wir mal spannungsabfall wenn die schaltung energie aus der batterie zieht wenn die schaltung fertig ist mit energie rausholen wenn die mit ihrem puls fertig ist dann haben wir so ein kleines bisschen rückgitter hier oben keine 8 millivolt ich habe schon ja ich war schon kurz vorher schon einmal mit dem finger hoch aber da ist das video geguckt also die kurve nach unten ist jetzt die spannung die abfällt das bedeutet das ist der strom den wir jetzt ziehen na ja verbrauch halt der verbrauch und die spitze die nach oben geht das ist der so genannte rückpuls ist das jetzt der rückpuls der überall auch besprochen wird beim bedienen beim EMF ist es der puls ja ja back EMF kann man sagen ja also der unterschied es gibt schon einen kleinen unterschied beim also das ist ja also ich hatte ja die wicklung gemacht und bei diesem wicklungstest also der wicklung intuitive action for free habe ich ja dann die schaltung ein bisschen modifiziert also den back EMF der wird ja schon seit bediene oder anbedingter menschheit wo wir den strom entdeckt haben benutzt aber nicht so also jeder elektriker weiß das oder jeder der sich mit elektronik beschäftigt meistens wird der back EMF verheizt so und der bediene ich nehme jetzt bediene es mag da noch vorher jemand gegeben haben oder so wenn ihr da jemand wisst haut es mal in die kommentare ähm hat eben dann gesagt na ja momente mal warum soll ich die energie den strom vernichten da kann ich ihn doch auch nutzen so und da ist dann über ne batterien regenerieren batterien laden damit da wurde dann auch viel over unity gesucht und alles mögliche und vor also ich war ich muss jetzt mal dazu sagen ich bin ja nicht der ärzte der das gemacht hat ne um gottes willen aber bei dem Juul-Deaf habe ich es bis so jetzt noch nicht gesehen so und da geht es da drum dass wir noch einen schritt weiter gehen dass wir nicht eben also in anführungschen nur sagen wir nutzen das was normalerweise in der Diode verbraten wird verbraten wird verbraucht wird also ungenutzt vernichtet wird verumgewandelt wird in Wärme das tun wir nicht nur nutzen das wir sagen wir lassen eine LED leuchten oder irgendwas das sind ja die berühmten Bedini Lüfter ihr habt einen Lüfter der dreht und macht ihr es wie Bedini könnt ihr noch eine LED leuchten lassen und der dreht genauso so und das was ich dann gemacht habe ist diesen Puls nicht nur einfach zu verbrauchen ob jetzt in Licht oder Wärme ist das scheißegal sondern gleichzeitig diesen wieder auf den Eingang zurückzuführen also normalerweise ist wenn wenn jetzt in dem ich sag jetzt mal ihr klemmt eine Lampe an oder egal was ihr an der Batterie anklemmt von der Technik die es zu kaufen gibt sage ich mal ist immer nur nach unten der Ausschlag egal was ihr macht da kannst du hundertmal anklemmen und machen und das ist immer nur nach unten immer nur Verbrauch also der Puls nach oben der BackEMF ist quasi rein theoretisch der weniger verbraucht der insgesamt verbraucht wird ja genau da bist du jetzt schon da muss ich jetzt auch wieder einhaken da ist David schon ein bisschen zu tief drin also das Problem ist wir müssen wie David eben sagt das muss man hier schon gegenrechnen das geht jetzt echt tief rein ich weiß nicht ob das den Zuschauern so tief ist ich glaube es aber nicht ich denke die wollen das hören und zwar wenn ich jetzt einfach den Strom also pass auf wir müssen erstmal festhalten dass normalerweise immer nur entnommen wird was beim Oszilloskop das zeigt uns das jetzt visuell mit einem Balken nach unten so Ausschlag nach unten das ist normal das kennen wir seit 1900 brauchen wir nicht drüber reden so diese alle Messgeräte oder Messverfahren oder hier oben im Kopf ist also da drauf zu messen und das zu verstehen das darf nur nach unten entladen so und jetzt kommt es zu folgendem Problem da jetzt dieser obere Puls wenn ich jetzt am Ostziehe hier sieht man es weil man eben genau reingucken kann bei einem Multimeter wenn du jetzt einfach nur den Strom misst dann passiert folgendes das Multimeter rechnet nicht damit das macht einen Fehler und zwar nimmt es immer nur den Gesamtausschlag dieses Bildes also von oben nach unten das Messgerät versteht nicht dass da ein Rückpuls drin ist weil der Rückpuls ist ja kein Verbrauch das ist ja Rückladung also ne wir ich sag jetzt mal wir schicken einen Teil der Energie eben rein machen unseren Käse und in µ kommt eben zurück ne so und diese Messgeräte die interpretieren das jetzt so dass das auch Verbrauch ist so und das ist der Effekt den unter anderem Laser selber Millionen Klicks hat er in dem Video gesagt hat ich verstehe das nicht dass wenn ich mehr verbrauche die Batterie langsamer fällt das ist die Erklärung hat mich ein halbes Jahr gekostet das zu begreifen weil er eben einen Messfehler gemacht hat also wenn ihr eben das auch habt dass ihr mehr verbraucht laut euer Messgerät aber die Batterie fällt langsamer dann habt ihr keine Uber Unity nein das ist alles übrigens alles Dünnsches mit der Uber Unity aber das ist eine andere Geschichte dann habt ihr einen Messfehler und das Problem ist das muss erstmal in die Köpfe rein wenn du 100 Jahre lang nur entnommen hast und jetzt kommt so ein Arschloch wie ich und sagt mach es doch mal so und du hast eben nur die Messmittel dann musst du erstmal das kapieren und verstehen aha hier das muss ich gegenrechnen dadurch habe ich den weniger Verbrauch und dadurch hält die Batterie länger ja ich bin mehr oder weniger auch so der optische Typ ich sehe immer viel und kann das immer so als Bild abspeichern bei bestimmten Sachen natürlichen Sachen das ist jetzt nicht natürlich aber ich sehe ja die Spitze nach oben die nach ausschlägt wenn ich das auf der Nulllinie einfach durchtrenne einmal nach links klappe und dann nach unten klappe ist es genau das da drinne und den Verbrauch habe ich mit der oberen Spitze dann einfach im Verbrauch mit drinne das bedeutet also nicht nur der untere Verbrauch wird verbraucht gemessen ich bekomme oben diesen Rückpuls der über die Nulllinie geht das kriege ich noch hinzu und das geht mit der Schaltung die AVF Schaltung geht das noch geht das noch anders kann man das noch anders irgendwie hervorrufen ein Rückpuls ja im Grunde genommen ist es ja nur dass der Rückpuls sag ich mal über die Batterie zurückgeleitet wird also im Grunde genommen kannst du das auch mit dem Bediening also ja pass auf genau jetzt jetzt kommen wir zu der Sache ja okay da habe ich meinen Punkt selber gefunden wenn wir uns jetzt mal angucken bei dem Juul-Deaf zum Beispiel wird gegen Minus die LED verschalten so und das ist sage ich mal diese erste Stufe den Back-EMF eben zu nutzen Bedini hat aber wenn ihr in die Schaltpläne guckt und so seht ihr das dass er gegen Plus geht also Bedini dieser Bedini Motor oder Schulmädchen Motor der macht das im Grunde genommen auch schon das ist jetzt auch wie gesagt ich habe hier nichts das ist das ist nicht neu erfunden oder so das hat der Bedini schon gemacht ich habe es einfach nur beim Juul-Deaf mal gemacht mehr nicht also den Rückpuls hast du beim Bedini natürlich auch wenn du gegen Plus gehst das ist eben wichtig ne und da ist ein bisschen Ironie dann wisst du wenn Elektronik dann schreibt ja nö darfst du ne extra seine Videos nicht gucken und ja nicht gegen Plus gehen ja ja und das ist auch so ein kleiner Punkt die Bevormundung von dem einen zu dem anderen ist immer sehr schlimm naja gut da kommst du ja dann schon irgendwann drauf wenn du das irgendwann mal machst sag ich mal ja aber ich denke das grundlegende Problem warum also ehrlich gesagt ich und der Micha wir haben ja genau das wollte ich immer noch den Begrifflichkeiten sagen wo wir vielleicht Oszi sagen wo man hätte eigentlich Oszilloskop sagen müssen und so das ist halt ein bisschen umgangssprachlich ne ein bisschen kürzer Oszi und ich denke mir also was ich denke wir haben damals gedacht wo wir dieses Video veröffentlicht haben ungelogen dass das Millionen Klicks kriegt weil das ist so ich sage jetzt mal klar für Bedini Bastler ist es nicht viel weil die die kennen es ja im Grunde genommen schon aber diese Effekte warum und wieso das dann auch mal so ist und auch mal gemessen und verstanden warum das hat also das hat Bedini also meines Wissens nach ich habe alle Videos was ich finden konnte von Bedini die letzten 10 Jahre reingezogen habe ich nie von ihm gehört nie hat er nie verraten warum auch immer mir auch egal ne aber ich meine man kommt ja dann irgendwann mal selber drauf ja wenn wir gerade schon bei diesem Bild sind was wir jetzt gerade sehen ähm der Ausschlag nach oben besteht die Möglichkeit den noch weiter nach oben ausschlagen zu lassen oder von links nach rechts auf der wenn das die Zeitlinie ist äh zu verlängern oder sind das die Feinheiten Darf ich Wickelns und das äh Darf ich die Aussage verweigern an der Stelle ja ne das geht Na ich wollte es nochmal wissen ob da noch ein bisschen was geht Was fragst du nicht da? Ja warum frage ich dich? Das kann ja sein dass du derjenige bist der die AVÖ Weil ich hab da ein Verhältnisproblem Es wird so weit nach unten gezogen auf so einer Zeitachse und dieser Minipuls der noch übrig bleibt Äh das gefällt mir heimst einfach nicht Willst du schon wieder mehr? Die Gier! Hier seht ihr's Leute! Die Gier! Ne gerade von wir haben nur Verbrauch immer auf hey wir kriegen hier Mühe zurück ne? Teil mehr 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 Naja wisst du? Naja klar Also Es geht anders Es geht in die eine Richtung und in die andere Richtung Also man kann das hier schon noch besser oder schlechter machen natürlich Absolut Ja okay alles klar Gut dann schlage ich vor dass wir weiter gucken Ist ja eh nicht mehr viel wir haben's ja gleich Ja wir sind gleich durch ja Also die Pulse nach oben die wir bei den Juul-Tiefs sehen die auch Kado gezeigt hat mit mehreren hundert Millivolt bis 1,Volt in dem neuesten Video was er hat Das ist ja also wenn man mit dem Schaltwandler hier rumfummelt und so das ist also nicht normal dass in die Batterie zurück gepulst wird Das war wichtig dass wir das mal gezeigt haben und ich denke mal Liebke wird mir recht geben Das ist Glück und das war's noch Ja das war's auch schon Nur ein kurzes Addon hier so Ciao Dann muss ich jetzt gleich mal noch machen wir noch einen kurzen Cut Na gut das kann ich alleine Nach dem Video habe ich dann oder parallel mit dem Mischer zusammen hatte ich auch ein Video gemacht Und ja habe ich jetzt hier wenn ich die Titelchen wieder lese extrem unglücklich gewählt Hat schon gut Resonanz erzeugt Ich denke das ist hoffentlich auch bei einigen angekommen Und hier zeige ich das eben nochmal LED Step Up und Juul-Tief im Vergleich Was eben ich sage jetzt mal die Unterschiede sind Dass wir eben eine Rückladung haben sage ich mal Ich weiß jetzt keine direkte Minute Ich denke mal das müssten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen besser zeigen Hier sieht man es glaube ich ganz gut Genau Das wäre so ein normales Ausziehbild oder richtig scheiße getriggert ne Ich suche das jetzt nochmal raus Genau Das wäre eben so das normale eben nur die Entladung nach unten ne Wahrscheinlich sollte man da nochmal wirklich ein zusammenfassendes Video machen nochmal mit dem neuen Ostsee oder so Ist echt wenn ich jetzt selber im Nachhinein angucken bisschen unglücklich gewählt Also ich empfehle jeden sich das Video hier auf jeden Fall auch nochmal an zu gucken Ich schaue es euch nur nochmal in die Beschreibung Und ja da ist auch wieder mit Störfaktor und so ist auch nicht so geil gezeigt Aber wir dachten halt es kommt schon dementsprechend rüber Da bist du ja wieder Ja So ich habe noch ein bisschen gequatscht hast du jetzt leider verpasst Ja 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 macht ja nicht Ich habe jetzt einfach nur nochmal gezeigt Ich kann das dir ja auch nochmal kurz zeigen Dass hier dieser Puls nur nach unten ist Habe ich jetzt den Leuten dass sie sich mal dieses Video LED versus Action-Verfriedenwicklung im Vergleich angucken Wo ich nochmal genau zeige Jetzt mache ich uns mal hier groß Wo ich nochmal genau zeige Dass Ja Dass das eben Ich sage jetzt mal nicht normal ist Wobei das natürlich auch so eine Sache ist Sich aussagen Normal Normal Wenn das Ostsee nach unten anzeigt und nach oben anzeigt Dann ist das was du da siehst ja doch eher normal Weil das ist ja die Realität Ja Ja Es ist Bei den Videos gibt es immer so ein kleines Verständnis Problem Zwischen Für Leute die Ich bin ja auch nur so jemand der die Hälfte Wirklich versteht Und wenn dann verschiedene Bauteile oder bestimmte Begriffe genommen werden Das sind so Musst du denn erstmal kombinieren Ich bin ja eher der Graben ausbuddelt Und mit so einer feinen Technik Dann wird es schon ein bisschen schwierig Wenn man dann unregelmäßig noch sich Inhalte anschaut Wie bei dir Also ich schaue fast alle Videos Wissen die meisten ja auch Aber dann kann man wenigstens noch den Anschluss haben Aber es kommen immer wieder neue Sachen raus Und Fremdwörter dazu Die die Sache doch schon ein bisschen verkomplizieren Für Leute die sich selbst für die die sich interessieren Und also noch viel mehr interessieren als ich Also das sehe ich ein bisschen als kleines Problemchen Aber es liegt auch in meiner Verantwortung sich Halt dann diesbezüglich weiterzubilden Also einfach mal tatsächlich Eine Suchmaschine aufmachen Und mal eine Sache zu belesen Oder mal jemanden zu fragen Der es vielleicht wissen könnte Ja gut ich sag mal Ich hoffe dass den Weg oder diese Möglichkeit Dass das schon gegeben ist in meinen Videos Wenn ich eben sage Hey guckt euch mal Das mit der Blindleistung oder Scheinleistung an Natürlich Ich mache jetzt kein Video Und du sechs Stunden die Scheiße erklären Das sollte schon jeder selber machen irgendwo Und Man muss auch mal dazu sagen Dass Wahrscheinlich A Wir hier die falsche Plattform haben Für solche Geschichten Weil Guck mal Die Die Meisten sind ja Bitte nicht falsch verstehen Es sind halt das Abschreiben gewöhnt So Und Und Das Abschreiben wie du gerade sagtest Das muss natürlich In Ordnung sein Da kannst du eben nicht Ostsee hinschreiben Oder irgendwelches Gediter Oder Wo wir eben manchmal wissen was gemeint ist Es aber nicht sagen Oder Falsch sagen So Ich denke mir aber auch Ist sind denn wir Die Die ich bin Oder ich du Wir jetzt Oder die Community Die wir haben Ist die dafür verantwortlich Die Lehrbücher zu schreiben Oder Die Lehrpläne auszuarbeiten Also Ich denke Das geht dann Ein bisschen zu weit Weil Ich Ich Oder jeder Bedini Bastler Sag ich mal Auf jeden Fall jeder Bedini Bastler Äh Oder auch Tschuldiv und so Das sind ja Forscher Das sind ja Das sind doch keine Lehrer Das ist ja ein Unterschied So Ich bin der Meinung Dass Wenn eben so eine Sache Ich weiß Dass es eh passiert Ähm Also es muss ja veröffentlicht werden Ich meine ihr seid jetzt die Leidtragenden Die es dann zuerst hört Was ist da los Und spinnen die alle Und bla 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 Aber im Grunde genommen wird es dazu führen Dass später Ein sehr guter Lehrer Oder Jemand der Lehrbücher schreibt Sich der Sache annimmt Natürlich muss es wissenschaftlich erstmal von den Kittelträgern alles bewiesen werden Sonst glaubt es ja wieder keiner Und Und da danach Denke ich Werden dann schon die richtigen Lehrvideos 3D-Animation Und was es alles gibt Auf dem Planeten Aber das ist nicht Das ist nicht unsere Also auf jeden Fall nicht meine Aufgabe Ne Natürlich nicht Aber ich Ich sehe ja die Die Menschen die auch deine Videos gucken Also auch fremde Leute die dazu stoßen zum Kanal oder so Die gucken sich das an Und die denken sich ihr eigenen Kram im Kopf zusammen Und dann Das ist irgendwie Erst wenn die Leute das tatsächlich nachbauen Und genau nachbauen Ohne irgendwelchen Zusatzzeug Ne Und genau das gleiche haben Genau definitiv das gleiche haben Dann haben wir Erst dann können sie sagen Okay das stimmt alles was er sagt Das funktioniert ja Und das ist eben das Problem Dieses Nachbauen Das sehe ich auch manchmal ganz komisch Ähm Werden Sachen dazu gebaut Und dann funktioniert das einfach nicht Und dann heißt es Es geht nicht Und ja Ja das ist aber Pass auf Es gibt nämlich noch ein Problem Also Gerade wenn man jetzt mit den LEDs Oder Mit der Effizienz Blablabla Wer Ich sag jetzt mal Müller, Maier, Schulze Kann denn das überhaupt messen? Ich bin nicht So und jetzt kommt ein Problem Wenn Mir Also das ist ja vielleicht Schon den Zuschauern klar geworden Dass Egal was ich zeige Was am Ende hieß Auf dem Mond geht es nicht Also Da habe ich schon keinen Bock mehr drauf Ich bin so eine Scheiße Aber Die Menschen Ich sage jetzt mal Ein ausgebildeter Elektroingenieur Oder wahrscheinlich schon ausgebildeter Elektriker Der auch den Zugang zu guten Messmitteln hat Könnte es ja überprüfen Ja Gibt es Davon gibt es sogar einige Aber die sind alle nicht so interessiert Und von die zwei die interessiert sind Die müssen erstmal drauf kommen Und auch immer Eventuell mal eins von den Videos sehen Ja Und die Wahrscheinlichkeit Ist gering Ja Das ist der Lotto Ja 1,280 Milliarden oder sowas Ja Das ist der springende Punkt Und da sage ich immer so Da sind die Leute dann eben eigenverantwortlich Wenn sie deine Videos sehen Dann sollen sie es einfach nachbauen Nachbasteln Und genau Und sich auch die Zeit dafür nehmen Nicht rein interpretieren Interpretieren Sondern einfach mal genau Und dann haben sie den Einen Ausgangspunkt Wie der Achim Grüssel Sehr gerne sagt Du brauchst einen Ausgangspunkt Einen Nullpunkt Einen Bezugspunkt Genau So Ja aber da geht es Muss ich mal kurz unterbrechen Da geht es aber schon los Dass die Bezugspunkte falsch gewählt werden Also zum Beispiel Ich gebe euch mal ein Beispiel Das könnt ihr alle auf YouTube nachvollziehen Also ich habe das gezeigt Ich habe gesagt Das Das Joule Tief was ich gebaut habe So wie ich es nun eben gebaut habe Gegen dieses normale Also ich habe dieses normale Joule Tief Zum Vergleich genommen Ne Und habe Vier gleiche gebaut Da gibt es mein Wicklungsvergleich Wicklungsvergleich Video Wo ich das eben probiert habe Also mein Nullpunkt war Die selbe Schaltung Alles das gleiche Das ist halt nur eine andere Wicklung So Und da ist eben rausgekommen Dass das was alle machen Seit 30 Jahren mit dem Schuldi Das beschissenste ist Wie du es noch machen kannst Und da habe ich mich halt gefragt Warum Wieso wird es nie Warum nutzen wir Warum machen wir es nicht besser Und das ist irgendwo die Ignoranz der Leute Und das nicht Verständnis von einigen Bastlern Dass die eben nicht erklären können Sagen können Mensch das ist effektiv besser Wir haben hinten raus 5% Energie gespart Die haben dasselbe gemacht Und der Elektroniker oder Elektriker Der es eben könnte Die machen es nicht Ich sage mal bis zu dem Punkt Von eben meiner Wicklung etc. Weil sie mit diesen freien Energie geschwurbeln So Und dieses Ja eben diese Messungen Oder was wir eben gemacht haben Das habe ich Das haben wir uns ja ausgedacht Also ich und der Micha Das ist ja nicht Dass wir in 2 Minuten das Video gemacht haben Und zwar Bin ich der Meinung Dass wir den Weg Gehen sollten Den ich gegangen bin jetzt Wo ich schon gesagt habe Dass Dass man ein bisschen die Aggression Aber ist scheißegal Dass Wir weg Erstmal weg Von dieser freien Energie Dass wir erst Also Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen Wir Ich zeig Wir zeigen eine Schaltung Wo du Ich sage jetzt mal Man müsste es auch 5-10% Energie zurückkriegst Okay So Das ist schon unglaublich Wird Falsch nachgebaut Mit falschen Bezugspunkten Also es wird nicht verglichen Im Vergleich zum alten Sondern Mein Schuldi Wird verglichen Zwischen Plus und Minus Falscher Bezugspunkt Und dann kommen eben Messfehler Der andere Der macht noch einen 10 Ohm Widerstand rein Und es ist irgendein dünn Schiss Weil er es nicht Und Er hat gar keine Ahnung Also das sind halt Das Problem ist halt Wisst du das Das steht ja auch in der Physik drinnen Das alles Was irgendwie Over Unity Oder sonstige Darüber Darüber darf auch nicht geredet werden Und das ist halt den Köpfen drin Ja Aber das hat doch nichts mit Deiner Schaltung zu tun Nö Wird aber da rein interpretiert So Und das ist eben David Eine Sache Die seit Hier seit über 100 Jahren abläuft Dass sobald jemand kommt Und sagt Hey Ich habe eine Schaltung Die ist 1% effektiver Nicht Over Unity Dann sagen alle Hey Muss ja Over Unity sein Schwachsinn kann nicht sein Wird nicht gemacht Wir könnten doch schon seit Also ich weiß jetzt Ich weiß jetzt nicht Wer als erstes Ein Back EMF nachgewiesen hat Das müsste man mal Nachgucken Aber ich sage das war 1800 So und da sind wir bei 200 Jahren Wo ignorant da gesessen wird Oder das gibt es nicht Aber gleichzeitig Oder Oder eine Diode genommen wird Und es vernichtet wird Ja Das ist doch unfassbar Und gleichzeitig Hier rumrennen Und was von irgendeiner Öko-Scheiße erzählen So eine scheiß Doppelmoral Digga Kann ich kotzen Greift doch mal an eure Ladegeräte Warum werden die warm Warum wird mein Ladegerät nicht warm Ach Weil euch die Elektriker und Ingenieure erklären Dass sie 99% Wirkungsgrad haben Alles ist super toll Und der Action labert nur Müll Wenn du aber mit deiner Hand An deinen Computer greifst Stellst du fest Moment mal Oder warm Genau Oder euer KFZ Batterieladegerät Oder euer Monitor Eure Lampe Meine Lampen sind kalt Digga Meine Ladegeräte sind kalt Die werden nicht warm Warum oh Ist das Schwachsinn Das ist 1800 alter Ja nur eins bedeuten Nichts bedeutet das Na die Energie wird vernichtet Verbraten in Wärme Ja Wärme Ich meine Jeder kennt einen Elektroheizer Ja klar Dort wo Wärme entsteht Und du Elektrizität reinschickst Ja klar kostet das Strom Aber darauf zurückzukommen Deine Schaltung hat eben nichts Es kann auch gar nicht mit Overunity irgendwas zu tun haben Aus dem einfachen Grund Wir haben ja eine feste Konstante Und das ist die Batterie Und da ist eine Kapazität drinnen Und die wird durch die Schaltung genutzt Ja klar So wie sie Ja natürlich Die muss ja laden Die Batterie oder herstellen Ja also Wo soll da Overunity herkommen? Wir haben nur das was in der Batterie drin ist Mehr haben wir nicht Ja Ja auch das was zurückkommt Das haben wir ja vorher reingesteckt Ja logisch Also das kommt ja jetzt nicht durch Zauberhand übers Universum irgendwie Reingeflattert oder Nö Das haben wir ja reingesteckt Ja Also Also mit Overunity hat dieses dann überhaupt Überhaupt gar nichts zu tun Nö Aber das Problem ist Das das Software in die Overunity Schiene reingesteckt wird Damit in die Lächerlichkeit Und dann sagt eben jeder Elektroniker Oder eben Gerade die Ingenieure Ich meine die haben studiert Das sind ja keine Vollidioten Decker die gucken sich den Dreck nicht an Weil die genau wissen dass es nicht geht So und da habe ich eben erkannt Ich habe gesagt Moment mal Was ist wenn wir von Effizienz reden? Dass wir eben sagen Also ich kann nur den Vergleich Grüße gehen raus an meinen Kollegen Döner Und der hat mir eben erklärt Er hat gesagt Bis zu einem gewissen Jahr Hat eine Ölheizung in Ich sage jetzt mal 94% Wirkungsgrad Also so eine Zentralheizung Von daheim halt Oder 84% oder irgend so was So Und dann Also das alte Ölmodell So und dann hat Ein Erfinder sag ich mal gesagt Lass uns doch An der Esse entsteht ja Wärme Die zur Esse raus geht Lass uns die doch nutzen Also haben den Wärmetauscher In die Esse eingebaut Und waren über 100% Wirkungsgrad So was ist passiert? Der Wirkungsgrad Das neue Wurde als 100% angenommen Also der Schritt Der eben jetzt gemacht werden müsste Ist in der Elektrik Zu sagen erstmal Okay das gibt's Das ist möglich Erstmal überhaupt hier rein zu kriegen Und dann eben zu sagen Okay wenn wir früher sag ich mal Für den Lüfter 2 Watt gebraucht haben Das waren früher unsere 100 Watt Oder unsere Energiesparklasse Ah plus super Heim Es geht nicht besser Sondern es kommt halt Irgendwer und sagt Hey ich hab hier was gebastelt Ich kann das besser Dann muss natürlich die Klassen korrigiert werden Das ist keine Overunity Es wird aber in die Overunity Schiene immer wieder rein Und dadurch kommt das alles nicht Weil natürlich Das muss ich jetzt leider Ich nehme mir das jetzt mal raus Die Kollegen zu nennen Wobei ich das Ich sehe mich da ein bisschen anders Ich kenn da so Wie hieß das? Naturhorscher Das sind meine Kollegen von 1800 Weil denen ging es nicht ums Geld Leute Einen warum das immer wieder passiert Den geht es nur um die Kohle Freie Energie Ja ne 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 Das ist doch einfach Dass wir sagen Wir haben einen Rückpuls Wir können das nutzen Und wir sparen dadurch Und wenn es 5% sind Ja es sind 5% So und guck mal Ich habe das auch in dem Video schon gesagt Dass alles was ich zeige Oder eben wie ein Lehrer versucht habe zu zeigen Ist es so folgende gekommen Dass es so beschissen war Wie es nur irgendwie geht Also wenn ich nicht versuche Oder meine Schaltung eben Die hat viel höheren Ausschlag Geht viel besser Aber ich wollte es halt schön aufbauen Schön zum zeigen Damit die Leute Dass ich eben auch ein paar erreiche Die auch mal gucken wie du es eben zeigst So das hat eben Das war ein dritten Arsch für mich Weil die Effekte viel schlechter geworden sind Hat mich selber im Endeffekt Aber es spielt auch keine Rolle Es muss erstmal in die Köpfe rein Das zu optimieren oder so Das könnte auch sonst wer machen Warum soll ich mich jetzt Ich mich hinstehen Alles erklären Die komplette Lehrdings bieten Wie wir es aufzeichnen Bilder Alles animieren Ich muss dann die Berechnungen noch Alles selber machen Und Ja wisst ihr was Leute Da lass ich's Ich hab's doch Ich muss das nicht machen Mir ist das doch scheiß egal Ob das A plus Energiesparklass oder A minus ist Was interessiert mich das Null Die Menschen müssen umdenken Nicht ich Ich hab umgedacht Und seitdem läuft alles geil Ja ich bin doch beim Umdenken Ich hab jetzt gerade umgedacht Das ist Ne und das Ich denke Das hatte ich ja auch schon in Mehreren gesagt Wir müssen dieses Gegeneinander Muss enden Weil ohne die Ingenieure Oder ohne die Elektriker Wird es niemals in die Welt kommen Aber das Gegeneinander Wie kommt denn ein Gegeneinander zustande Durch die Geldgier Von diesen freien Energieswurblern Sag ich jetzt mal Ja gut Ich mein dir mal auseinandergeklärt Wie das Gegeneinander Wie das so zustande kommt Das hat doch immer wieder Was mit dem Ego zu tun Und ständiges Vergleichen Ne Wenn du Elektroingenieur bist Und wir sagen jetzt mal Wirklich von Herzen Du kapierst sowas du machst Du machst das Sein Hobby Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht Du liebst was du tust Und dann kommt eben einer Und ich sag jetzt mal Ein John Bedini Und redet von freier Energie Was Sofort in dem Ingenieursgehirn abläuft Ist Betrüger Der will meine Mitmenschen abzocken Also der Ingenieur Will seine Mitmenschen ja Am Endeffekt nur vor dem Betrüger beschützen Das ist ja nicht böse Im Gottes Willen Das ist ja sogar gut Was er aber vergisst der Ingenieur In eben Ego, Wut, Hass, Wahn oder was auch immer Dass die Scheiße trotzdem effizienter ist Wie alles was wir haben Auch wenn es keine Over Unity ist So und das wird hier seit gefühlt Also solange wie ich aktiv bin Ignoriert Wir haben so viele Sachen gezeigt Mal ein Beispiel Ne Ich habe mehrere Beispiele Nehmen wir mal Da ist ja der David Ofachmann Dünnschicht und Mono So Also vor 8 Jahren oder was Ungefähr 6, 8 Jahre Ich weiß es nicht mehr Habe ich damit angefangen Ja eben da meine Tests zu machen Die Vergleiche zu machen Was ist besser blablabla Es hat 8 Also 8 bis fast 10 Jahre gedauert Bis es jetzt gibt es die kombinierten Module So jetzt frage ich euch mal Hätte ich die Videos nicht gemacht Wird es heute die Module geben? Das ist eine gute Frage Du steckst ja in den Forschern nicht drin Welche Forscher? Na die sich mit den Platten Und mit dem Materialien umscannt Wo denn? Wo denn? Zeig mir die mal Ja gut Vielleicht sitzen die auch nur da Und schreien An dem was irgendwann mal gemacht wurde ab Nehmen wir mal Nehmen wir mal das nächste Vor gut 10 Jahren Oder sogar 11 Jahren Haben Bastler angefangen Also diese Bedieningeschichte War ja Batterien regenerieren Und over unity Also mal so ganz vereinfacht So und irgendwann Ich will ja nicht der erste gewesen sein Und nicht der Segelohrenbob Aber ich sage nochmal Die deutsche Bastel-Community Die Truppe von damals Hat dann angefangen Mit den LED's damit zu betreiben Ne? Zur damaligen Zeit Habt ihr im Supermarkt Nur Gleichstrom LED's gekriegt Das heißt Diese ganzen Puls Schaltungen Diese Flackerlichter Oder alle Lichter die ihr jetzt habt Die funktionieren nicht mehr Mit Gleichstrom Sondern mit gepulsten Strom Und wer hat denn das zuerst gezeigt? Auch wieder die Bastler Vor 10 Jahren Und es hat über 6 Jahre gedauert Bis die Industrie das kapiert hat Und genau so ist das jetzt damit Die Frage ist jetzt nur Also ich habe langsam Keinen Nerven mehr Hier andauernd 8 Jahre warten zu müssen So Nächstes Beispiel Alarm-Batterie Die Gab es denn damals Deep-Cycle-Batterien? Nö So Dann haben wir die Alarm-Batterie Haben wir gemacht Und gebastelt Oder John Bedino Die Crystal-Batterie Wo ich dann die Auto-Batterie Alarm-Batterie gemacht habe Und 5-6 Jahre später Schickt mir der Leander Grüße gehen raus An der Stelle Ein Link Von der Crystal-Auto-Batterie Also die Alarm-Batterie Gibt's zu gucken Also ich weiß nicht Ob es die noch zu kaufen gibt Die hat ja auch daheim Wenn ich wieder mal den besuche Kann ich die euch mal zeigen So Hat auch 6 Jahre wieder gedauert Das sind so einfache Sachen Wieso dauert das so lange? Weißt du das? Die einfachen Sachen sind für die Leute einfach Die sich die ganze Zeit damit beschäftigen Das ist das Problem Weil viele Menschen Haben Haufen anderen Kram im Kopf Ja klar Das ist logisch So Und dann sind sie damit beschäftigt Erstmal haben sie eine 40-Stunden-Woche vielleicht So Und dann müssen sie hin und her fahren Dann ist da immer noch mehr Zeit dran Und abends Ja ja klar genau Und wie sollen sie sich dann hinsetzen Und nochmal Zeug alles lernen Und lesen Das meine ich ja Indem ich sage Dass wir hier wahrscheinlich eine falsche Plattform haben Dass man wahrscheinlich Ja keine Ahnung Ich bin ja nicht mehr dafür verantwortlich Wer die Bücher schreibt oder was Diejenigen müssten halt mal sich die Sache mal angucken Oder eben Ein Ingenieur oder ein Professor Der sich die Sache wirklich mal annimmt Und nicht einfach irgendwas umbaut Und dann sagt Das geht nicht Sondern das eben mal richtig Oder ich schicken halt mal eine Schaltung oder so Aber ich habe auch kein Interesse mehr Irgendwelchen Idioten irgendwas zu schicken Wo dann rauskommt Dass sie meine Schaltung zerlöten 15 Teile einlöten Und sagen Das ist ein Betrüger Den seine Videos darfst du gar nicht gucken Ganz gefährlich Ja klar ist es gefährlich Weil die Scheiße dann Das Kartenhaus langsam mal zusammenfällt So und da ist eben die Frage Wollen die Leute das oder wollen sie es nicht Also wenn du mich fragst Will das keiner Alle reden nur davon Wenn du dann auch mit solchen Sachen kommst Ah nee Scheiße Damit will ich nichts zu tun Guck mal Wie kann denn das sein Digga Dass man Dass man sagt Hey ich habe hier was Und wenn es 5 oder 10% sind Wo du eben Energie Sparen kannst Oder zurück holst Dass das einfach Sag ich mal Unter geht Da müsste doch jeder aufspringen Und wow Ziem Wahnsinn Der Hammer Alter Krass Waaah Keine interessiert keine Sau Wenn aber die Wissenschaft Sagt Hey wir haben beim PV Modul 0,1% Wirkungsgrad Erhöhung Da ist Party Drei Wochen lang Party Wahnsinnige Leistung Die gebracht worden Und ich sitze hier da Und denke mir Seid ihr dumm oder was Die Fragen Da antworten wir jetzt lieber nicht drauf Das ist doch nicht mehr normal Alter Aber das mit den Prozenten Das ist auch immer so eine Sache Das ist ja auch indoktriniert aus dem Handel heraus Aus dem Fernsehen heraus Kauf jetzt Bla 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 10% 15% 20% So und wenn ich als normaler Mensch denke Okay ich kriege 30% Dann sag ich okay das ist in Ordnung Das ist dann irgendwann in meinem Kopf drin Irgendwo kaufe ich mir ein T-Shirt 45% Oh das ist im Kopf drin Alles klar Und dann kommst du mit dem Buster Was bedeutend wichtiger ist Und kommt mit 5% Energieersparnis um die Ecke Ja von der Kilowattstunde 5% Ja das macht sich ja Das ist ja nicht so dramatisch Das ist ja nicht viel Genau So Ja wenn ich aber nur 100 Watt verbrauche Und dann 5% nehmen Dann sind das ein theoretisch 5 Watt weniger Ja Dem Moment erscheint das erstmal wenig Aber sieh das mal aufs ganze Jahr hoch Ja Moment 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 Du Ich sag mal 5% von 100 Watt ist natürlich ein Witz Ne Und vom gesamten deutschen Stromverbrauch Ja genau Genau Rechne das mal Rechne das mal auf Da reden wir von ein paar Millionen Euro Oder einem Atomkraftwerk Was man einsparen könnte Ja So die nächste Die nächste Frage David ist ja Was denke ich auch viele nicht verstehen Du sagst das jetzt so einfach sag ich mal Du sagst Ja du hättest dann sagen wir mal 5% mehr Was ist das schon Ne Ja Wenn ich einen Step Ab hab Oder einen Step down Der 98% Wirkungsgrad hab Und ich hab dann 5% mehr Ja Was denn dann Da haben wir ja schon wieder ein Problem So da kommt natürlich gleich wieder Ich sag jetzt mal Elektronik steht dann nervös an der Ecke An der Seitenlinie Und ruft schon wieder Ah Energie scheiße Und versteht aber nicht Das ist ja Das ist einfach nur die 100% falsch sind Genau Moment Falsch auch nicht Bis dahin waren sie ja richtig Ja Ab dann Waren sie nicht korrekt Ja es gibt neue 100% die andere zu klasse Ja aber warum ist das so schwer Wenn ich jetzt sage Guck mal Wir haben früher mit der Hacke Auf dem Feld Haben sie gearbeitet Hm So und ich komm jetzt Mit dem Pferd Und dem Pflug Und sag Digga Du kannst das 10 mal effektiver Oder 10% einfacher Gut das ist wahrscheinlich 100% Oder 1000% einfacher machen Und dann guckst du mich an und sagst Oh nö Ich hab's ja schon immer so gemacht Ja und du stehst da mit deinem Pferd Mit deinem Pflug Und dann Und so ist das Oder wo eben Dasselbe kannst du ja sagen Mit dem Pferd und dem Traktor Und nicht Der mit seinem Pferd Und dann sag Oh nö den Traktor will ich nicht Ist 2000 mal einfacher Oder wir sparen da Oh nö 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 Ich mein damals Digga Hab ich damit kein Problem Aber wenn ich heute Diese ganze gequirlte Scheiße höre Von wegen Öko Energie Spannachhaltigkeit CO2 Und jedes Ladegerät war warm Hä Da passt doch was nicht Digga Irgendwas passt doch da nicht Das ist doch Also meiner Meinung nach Ist das eine Doppelmoral Womit Geld verdient wird Merne Das ist doch ein Witz Der eine weiß dies Und der andere weiß das Ja aber wie es so wird Ich sag jetzt mal Ja gut Das ist menschliche Natur Ne Dieser Scheiße wird die ganze Aufmerksamkeit gerichtet Und da wird rein und los und da Und dann kommt ihr noch sagt Hey hier ich hab was gutes 10% Ach geh mal kacken Das ist ja auch die geschichte bei Also das blenden das verkaufen Das ist auch so eine nette geschichte Bei jedem pv panel was du kaufst Da steht ja schön 150 watt oder 100 450 und 500 watt drauf Und da steht da ganz fett drauf geschrieben Hm Aber wie lange kriegst du denn diese 500 watt da raus Oder normaler oder nie Ja wahrscheinlich nicht Äh Ja nicht wahrscheinlich Der kriegt das nicht Der kriegt das nicht Guck dir mal Geht mal auf YouTube Aber Moment Wenn du als äh interessierter sich das anguckst Dann siehst du diese 500 Und es wird über diese 500 gequatscht Hm Das hat nichts mit der Realität zu tun Das 500 watt panel so wie es geschrieben steht Doch Weil für diesen kleinen Ja es kann 500 Ja das wissen wir Aber für diesen kleinen Zeitmoment Aber der Tag hat nochmal 24 Stunden Mhm Die Sonne scheint aber immer Durchschnittlich im Winter 8 Nee da haben wir Ja Und das ist so Ich soll das kaufen 500 watt steht dran Und entscheide ja gut alles klar Aber die Realität sieht immer anders aus Und das ist der springende Punkt Ja Moment 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 Also das ist auf jeden Fall erstmal so nicht richtig Also die 500 watt sind Natürlich zu erreichen Ja natürlich Für welchen Zeitraum Ja Das spielt ja keine Rolle Ah Für mich spielt das eine Rolle Also wenn ich jetzt habe ich nur 2 Stunden das am Tag habe Oder 3 Stunden weil ich die perfekte ausrichte ist doch egal Du hast halt 3 Stunden sagen wir jetzt mal Hast die 500 watt Ja aber ich bin noch ein Verbraucher 24 Stunden Und? Ja aber das Panel kann doch gar keine 24 Stunden Ja darum ging es jetzt gerade nicht oder? Na doch es geht um das Verkaufen Was Verkaufen Du hast gerade gesagt dass es die 500 watt nicht lieferten Das ist eine Lüge Das stimmt nicht Ja das ist nicht Außerdem schweifen wir jetzt so ein bisschen vom Thema ab Ja gerne Also nicht gerne Das hat ja überhaupt nicht mehr mit der Sache zu tun Ja dann müssen wir das rausschneiden ist doch kein Problem Du könnt es aber auch drinnen lassen Nö das lassen wir drinnen Aber das ist halt das Problem Das sind halt wieder Keine Ahnung Könnte man einen extra Podcast machen über solche Geschichten Wo wir einfach mal reden und ich ziehe dir mal die ganzen Dogmen raus Zum Beispiel jetzt hier das Dogma ist Was David und ihr alle da draußen habt Dass eben ein Modul die 500 watt nicht bringt Und die Leute begreifen nicht was ich seit 10 Jahren erkläre Dass es an dieser verfickten Reinschaltung liegt Guck mal du selber hast doch schon Übernennleistung aus deinen Modulen rausgeholt Mehr als das was drauf steht Ja ich weiß es ja aber auch Ja aber wieso lügst du dann? Ja aber ist das jetzt eine Lüge wenn ich sage Ja Ja die 500 watt kommen raus für 3 Minuten für 10 Minuten und dann war es das genau Nö die kommen raus wenn du optimale Ausrichtung hast für 6 Stunden wenn alles perfekt ist Wieso denn nicht? Mh Nö Nö Das ist das geht das Das ist eine einfache Frage David warum steht es denn da drauf? Das ist das Weil das Modul das leisten kann das geht ja Ja aber wenn du schon einen Moment hattest wo sogar noch mehr rausgekommen ist Ja Kannst du doch nicht sagen dass das nicht funktioniert Hä Was ist das für Blödsinn? Na ich krieg die 500 aus dem 500 watt Modul raus ja aber für welchen Zeitraum und das ist doch der springende Punkt ich krieg's eben nicht den ganzen Tag raus Du kriegst aus keinem Pedal niemals weil die Sonne wandert das ist totaler Quatsch Ja aber der Moment im Verkauf der ist doch voll geblendet Wenn ich meine Modul Digga ich hab ein 100 watt Modul Das schließe ich an und dann krieg ich ein 100 watt raus über 4 Stunden Genau das was drauf steht Wieso sollte das jetzt nicht gehen was erzählst du vom Mist? Ja also Ja gut aber Naja Ich hab im Sommer auch einen sommerfreien Tag und dann komm ich auch über Welchen Wirkungsgrad hat denn dein Laderegler? Also ich denke David wir sollten an der Stelle mal Schluss Du kriegst ja dein eigenes Grab mit deiner Unwissenheit Du sagst du kriegst keine 500 watt Weil dein Laderegler nur 80% Wirkungsgrad hat Das liegt doch nicht an dem Solarmodul Digga Das liegt doch an dir weil du so blöd bist Laderegler im guten zu kaufen Verstehst du das? So und dann haben wir es wieder das nächste Dogma Also ich denke David lass uns ein PV Solar Ding nochmal machen Da kann ich dir die ganzen Zähne ziehen Da rein noch Diesen ganzen Dünnschiss Das ist alles Blödsinn Weil die Leute abschreiben und weil sie alle keine Ahnung haben Genau so wenig wie sie verstehen das mit diesem Rückpuls Digga Du vergisst den Wirkungsgrad von deinem Laderegler Was ist mit den Dioden? Was ist mit der Kabellänge? Ja schon klar Naja Klang gerade nicht so So und jetzt nochmal für unsere Zuschauer Ihr seht ja jetzt gerade David wie er ein bisschen verdutzt ist Das mache ich übrigens immer gerne mit ihm Ähm Dass selbst David Ja ja klar Dass selbst David Dass wirklich Jahre dabei ist Digga Bei den Die sich nicht böse gemeint oder falsch verstehen Aber bei solchen grundlegenden Sachen da noch daneben halt Wobei du schon so tief drinnen bist Wobei du schon so tief drinnen bist Na also jetzt zu verlangen Von Müllermeier-Schulze Der gerade von der Arbeit kommt Und noch nie Video oder noch nie Elektrik Da kann das nicht verstehen Das ist unmöglich Ja das ist sowieso klar Da müsste man dann wie du sagtest Ja Lehrer Ausbilder Das erklären Das kann ich nicht Also Ich kann das nur mit meiner Art erklären Und hoffe eben dass da Leute die anderen Das besser beibringen können Die geborenen Lehrer sage ich mal Die sind dann eben gefragt Die müssen es verstehen Und Ja aber die brauchen halt auch wieder Formeln Du kannst ja nicht so Und ich setze mich jetzt nicht noch hin Und du hier die Formeln für die Scheiße machen Das können Mathematiker machen Dafür sind es doch da Denen macht das doch Spaß Ich hab Ne danke Ne Ich guck nebenbei ein bisschen in die Wolken Und versuch der Sache nach zu verziehen Ja Ne Im großen Ganzen ist es ja nicht Ich hab ja meine Anlage auch so aufgebaut Ne Da hab ich ja auch auf dich gehört Wie man es macht Und was wichtig ist Ne Ja komm Wir sind aber viele Kompromisse eingegangen Ja du hast nicht pro Modul Einen Ladefegler Ja na gut Mit 98% Wirkungsgrad Ja 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 da muss man halt Ist es jetzt so wichtig 3 Watt am Tag mehr zu haben Oder 10 Für So und so wie Euro Das kostet eben Geld Ne Oder Du gehst in Kompromiss rein Und sagst okay Komm Es ist doch eh umsonst Zumal ja deine Anlage eh schon 30% besser ist wie alle anderen Weil die ja in Reihe schalten Ne Ja das können ja die anderen gerne machen Dann machen sie das verkehrt Das ist doch nicht so schlimm Kann doch uns egal sein Wir haben es gesagt Wir haben es erklärt Wenn sie hören wollen Gibt ja mittlerweile auch schon viele andere YouTube Kanäle Die das schöne Die das schön zeigen und erklären Und ja ich bin es leid Ich diskutiere da nicht mehr rum Och Wie genau ich über diese Sache hier nicht mehr rumdiskutiere Über Rückpuls oder irgendwas Das habe ich vor einem halben Jahr gemacht Ja gut Es braucht ja nur jemanden um die Ecke kommen Der auch in der Materie ist Der vielleicht noch ein bisschen mehr Ja der soll mich aber am Arsch lecken und selber seine Scheiße machen Und das verstehen die Leute nicht Die kommen alle und wollen mich nerven Und mir erzählen geht nicht oder bla Ich habe die Idee Lass stecken Ja wenn aber Moment wenn einer kommt Der ich und sagt Ich habe es noch besser als du Herzlichen Glückwunsch Ich lade ein Video hoch Zeig es der Menschheit Nicht mir Bist du da nicht begeistert Wärst du nicht davon begeistert Wenn das deinen Tatsachen entspricht Wenn er das was Wie hätte Da hat ein schöner Ich weiß nicht mehr das war Ein Erfinder gesagt Wenn ich ihn jetzt loben würde Würde ich mich ja selber Aber Nochmal Das was ich gezeigt habe Ist zum Zeigen Und richtig beschissen Damit überhaupt erstmal Die Möglichkeit besteht Dass ein Elektroniker sagt Okay das sind Gene Over Unity Der erzieht nur ein paar Prozent besser Das könnte ich mir ja mal angucken Wenn er sich dann anguckt Dann wird er feststellen Oh ist ein weit über 10%iger Weil ein kleines Leckerli Ist bei mir immer dabei im Video Du musst einfach Machen Nicht Mir auf den Sack gehen Irgendjemand anders auf den Sack gehen Sich irgendwas Zammenschwurbeln Einfach machen Es ist ganz einfach Mehr nicht Und das passiert nicht Es ist ganz einfach Ja okay Frank Wir haben jetzt die Situation Dass du viel in alten bösen bildern liest Das war danach Büchern Das war danach Dann hast du erstmal alles ausprobiert Und dann gelesen Ja Das verwechseln auch viele Dann halt Ja Wie ich eben gerade auch Ja klar Dann hast du aber in den alten Büchern Viel Bestätigung Zu deinen Erkenntnissen Das hat nicht mit alten Büchern zu tun Also ich habe mir auch von 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 als Schwurbler und du weißt nicht mal, was oben ist und gar nichts, dann kannst du nicht mit dem Ingenieur reden, das geht einfach nicht. Weil der redet dann mit dem Kloppidecker. Und der versteht dich auch nicht, weil du verwendest Begriffe, du sagst meinetwegen Überspannung oder irgendein Scheiß. Du kennst den doch gar nicht, steht doch gar nicht im Lehrbuch, du denkst, ist das blöd, was labert der für Scheiß? Nein, deswegen habe ich mir das auch zum Verständnis, weil ich habe auch nach Formeln gesucht und so und da musst du natürlich die Sachen durchlesen. Also ich habe nicht Theorie gemacht und habe dann gesagt, oh jetzt baue ich mal irgendwas. Nee, ich habe gebastelt, jahrzehntelang Bedini und bla bla bla, habe da eben was bemerkt und habe dann gesagt, hm, was ist das? Und dann habe ich ja eben versucht, wie ich ja in dem Video auch bei dem, mit der Juul die Wicklung, da habe ich ja mal gezeigt, habe ich versucht, das leerte Mittel hier mit Bildchen und das so gut wie möglich zu machen. Zu zeigen und so. Ja, da fehlen halt auch noch die Berechnungen und so, aber lange sich da gerne noch drauf einlässt, ist es ein sinkendes Schiff einfach nur. Ist schade, ne? Aber... Für mich ist ja schon interessant, ob ich ein paar Watt sparen kann und... Ja, Moment, ein paar Watt. David, oder auch an die Zuschauer. Nochmal. Diese paar Watt. Das ist... Damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass sich das ein Ingenieur erstmal anguckt. Wenn ich dem die richten Zahlen sage, guckt er sich das nicht an. Ja, ich verstehe das schon. Weil einfach die Dogmen sagen, das kann ja gar nicht sein, das muss ja ein Betrüger sein und der lügt und der will nur mein Geld haben. Ist ja auch nachvollziehbar. Und deswegen sagen wir jetzt, okay, wir machen erstmal mit paar Prozent... Guck mal, was ist denn... Alle beschweren sich. Alle. Ausnahmslos. Äh, was soll denn das mit der scheiß LED? Was willst du denn da zeigen? Na? So, wenn ich so einen Motor hinstelle und das... Und... Sag mal, da ist sparsamer, vorsichtig ausgedrückt. Würden das die Leute noch glauben? Ne. Niemals. Niemals. Dann kommt unten, du hast eine Batterien versteckt. Oder? Sei ehrlich. Wir müssen ganz langsam, behutsam, Stück für Stück... Und da bin ich raus, Digga. Mit so einer Lernphase und wenn das wirklich 30 Jahre dauert, bis das in die Lehrbücher kommt... Da bin ich dann... Bin ich an dem Punkt, wo ich sag, Digga, meine Videos sind online und leckt mich am Arsch. Weil ich... Kann nicht 30 Jahre auf einer Stelle drehen und andauernd wieder... Wie so eine kaputte Schallplatte mich wiederholen. Mach ich nicht. Weil ich... Ich forsche ja auch aktiv. Das ist ja... Das ist ja... Sagen wir mal, die Effektivität 10% mehr oder x% mehr... Ist nun mal so, dass dabei rausgekommen. Aber das ist doch nicht, dass ich jetzt mein ganzes Leben nur das und Jahrzehnte lang... Ne, mach ich nicht. Warum denn? Ich hab's doch gezeigt. Was soll ich jetzt noch machen? Ich mach jetzt andere Experimente. Oder bastel oder mach eben was. Ne, jetzt ist ja gerade aktuell der Laderegler zum Beispiel. Was aber kein Experiment ist. Aktuell sind die Experimente von 1900. Bloß wenn die funktionieren, Digga. Aber... Wir geben Zeiten. Das klappt sowieso keiner. Das muss ich aber erstmal noch testen, ob es stimmt, was dort drin steht. Aber es spielt doch keine Rolle, weil es im Grunde genommen dasselbe ist. Wie Spedini oder bla. Also... Ne. Ich denke, dass... Erstmal muss das Verständnis her. Hm. Naja, dann die... Wiss ich nicht. Dann... Muss man das eben, was wiss ich machen. Wiss ich ja nicht. Ich bin ja kein Lehrer oder es gibt immer keinen Staat, der weiß, wie man sowas den Leuten beibringt. Keine Ahnung. Es werden immer die Leute auf sich zukommen, die da interessiert sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie auf dem Level sind oder überhaupt verstehen, was du zeigst. So. Und die Leute, die dranbleiben und äh... zuschauen und äh... das eine Video mit dem anderen kombinieren und dann dich auch besser kennenlernen. Äh... Das ist äh... Dann kommst du in die Materie rein und bleibt... Dann verstehst du es zwangsläufig immer noch nicht. Ne. Ne? So. Bei... Also bei mir ist es so, das ist mir in meinem Leben schon des Öfteren aufgefallen. Aber ich will da gar nicht so weiter tief eingehen. Ich höre das und drei Monate später macht es dann Klick und es ist erst im Kopf dran. Ja, das passiert mir auch. Das ist normal, glaube ich. So. Und äh... Da denke ich mir auch, oh Mann. Jetzt hast du dazugehört oder warst live dabei oder was. Und dann... Wenn du dann nicht dranbleibst, dann ist es eben meistens so der Fall. Ja, das Problem, guck mal. Du kannst ja nicht... Wie will man... Ich sag jetzt mal... Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel das mit der Wicklung. Ne? Natürlich kann ich in dem Video zeigen, hey, pass auf, das ist der Unterschied. Oder du musst es so und so machen und blibla blub. Das ist ein 5 Minuten Video. Der Weg zu diesen 5 Minuten Video sind 8 Jahre. Acht Jahre, Digga. Und ich gucke kein Fernsehen, Leute. Also meine Beschäftigung ist, anstatt Fernsehen zu gucken oder irgendwas blöd, lese ich Bücher oder wenn wir Vorträge von sonst was an. So und das in 5 Minuten Video oder auch nur in dem, was wir jetzt hier reden. Für die meisten werden dann wieder, oh jetzt hat er wieder alles erzählt, jetzt weiß ich alles über den. Ja, genau, Digga. Ne? Das ist auch nur ein Arten Schiss von nichts. Ja, genau. Ne? Das ist genauso wie mit dem, mit David. Ich habe ja mit David die Anlage gemacht und so und jetzt kommt nach 2 Jahren raus, dass wir hier ein bisschen fast aneinander geraten werden, ne? Sag ich mal. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Ja, ne? Ist ja nicht schlimm. Aber ich, ne? Ich sehe nur einen, Digga. Und wir müssen nur die Zuschauer. Das geht nicht. Das ist unrealistisch. Das ist niemals möglich. Wenn du natürlich aber, sagen wir mal, ja, Physikprofessor bist oder Physik irgendwas, selbst wenn du privat dich nur dafür interessierst, dann wirst du schon an ein oder anderen Stelle mir mehr folgen können. Natürlich. Ja. Ne? So, und das Problem war, dass wir Bastler eben, ich knall das jetzt mal raus, liebe Grüße gehen an Micha. Wenn man vor einem Ingenieur steht und vor einer Spannungszahl, einer Amperezahl, einer Wattzahl redet, dann ist das Gespräch nach diesen Worten schon beendet. Das gibt es in seiner Welt nicht. Und da, ne? Also wenn, ist Spannung, Ampere und Leistung. Und nicht irgendeine Zahl. Ne? Eine Zeitzahl. Na gut, wenn wir jetzt gerade bei der Geschichte sind, ähm, es gibt ja ja so eine elektrische, ähm, Rechnung, Gleichung. P ist gleich U mal I. Kannst du mir mal bitte sagen, was I ist? Ne. Ne. Okay. Was ist doch ne? Vielleicht weiß ja einer den Kommentar. Ja, cool, ja. Also wenn ihr es wisst, könnt ihr das mal reinschreiben. Und Achtung, wir möchten nicht den zitierten, kopierten Text von Wikipedia. Den haben wir alle schon gelesen und den kennen wir. Und kopieren und einfügen können wir alles selber. Mhm. Ich denke damit, können wir abstimmen. Wir sind ja über eine Stunde einmal zu quatsch, Digger. Haben wir die geplant? Ne, war nicht geplant. Ne, das ist ja so ein Podcast, dass du einfach mal quatschst. Also ich fand's gut, Digger. Insgesamt schon, ja. Also ich fand's gut. Mag vielleicht jeder eine andere Hagelstelle und, äh, wir sind doch geschissen oder mit der Wurst. Ist halt nur für die, guck mal, ne, ein paar, ein paar werden schon das angucken und viel verstehen und dann auch mal, ne, ein bisschen basteln und dann kommen sie selber drauf. Da brauchen sie keinen Messias und Scheißdreck. Ja. Pfotenbrasse. Geht auch einhändig. Hab ich auch immer probiert. Geht auch. Es ist sauschwer, Digger. Es geht. Und die Rübebrasse. Mehr nicht. Das wäre jetzt auf jeden Fall gefallen, Digger. Ich würde, ich hab schon unseren nächsten. Und zwar PV-Solar, Digger. Dasselbe könnte man nochmal, äh. Weil da wäre auch der Vorteil, dass David da mehr drin ist im Thema. Als jetzt hier bei Schwingungen und irgendwelchen Scheiß, sag ich jetzt mal, ne? Das ist nicht irgendwelcher Scheiß. Das sind irgendwelche Schwingungen und das ist ein Joule-Tief. Oder es sind irgendwelche Stöße. Das wissen wir noch nicht. Vielleicht wissen wir es und wir sagen es nicht, oder? Das kann man so beschreiben, wenn das undefiniert bleiben soll. Ja, sag ich mal so. Da hat mir der Renni, Grüße gehen raus an Renni. Da hat der Renni ein schönes Zitat mir geschickt. Und zwar hat er gesagt, warum sollen wir uns über die Begrifflichkeiten streiten, wenn wir es einfach machen und es dann einfach irgendwie anders nennen. Scheiße drauf. Was spielt das für eine Rolle? Null. Er hat recht. Ob das nur Ampere ist, Elektronen, Volt. Also. Im Grunde genommen können wir es auch nur nennen, wie wir es wollen. Da aber, wie eine Geschichte von über 200 Jahren elektrische, 250 Jahre elektrische Geschichte haben. Offiziell, inoffiziell oder mehr. Und eben diese Begriffe genommen wurden. Warum alles neu erfinden? Ich bin der Meinung, erstmal verstehen. Und wenn nachher ein Verstehen rauskommt oder bei den mathematischen Formeln irgendwas rauskommt. Ich sage jetzt mal, dass es in irgendeinem speziellen Verhältnis, ich sage jetzt mal im Zweier oder irgendein komisches Verhältnis steht, dass du dann das in die Mathematik mit einbringst. Ich sage jetzt mal, dass du dann sagst, keine Ahnung, ich sage immer mal ein Beispiel, wir nennen eben das heutzutage Spannung. Vielleicht nennen wir das in Zukunft Potenzial oder so, aber es spielt auch keine Rolle. Das, was es ist, ist es immer. Ob ich das nur Mikrofon nenne oder Kaffeesatz, wenn das ist trotzdem das, was es ist. Also ich glaube, der Braumer sollte, ich empfehle jeden, die Begriffe, die eben unsere Vorfahren oder so verwendet haben, eben auch zu verwenden, weil du sonst die nicht verstehen kannst. Ob das nur richtig oder falsch ist, ist eine ganz andere Sache. Das wollte ich mal, hat mir sehr geholfen auf jeden Fall. Also wenn jetzt einer kommt, gerade dieser Spannungszahl oder so einen Blödsinn, naja, scheiß drauf, ne. Richtig ist es nicht, aber man muss da auch nicht immer drauf rumkloppen. Weil im Grunde genommen spielt es keine Rolle. Wichtig ist, dass die Menschheit einen Nenner gefunden hat und das ist doch okay. Ob du das nur Elektron nennst oder Devitron oder Klaus-Dieter, das ändert auch nicht. Weißt du? Ja, der Zustand ist immer der Zustand, ne. Ja, genau. Kacken ist immer Kacken. Da kannst du sagen, was du willst dazu. Du bleib Kacken. So ganz frei. Das war Schluss hier. Ich hab keinen Bock mehr. Ähm, ja. Für unsere Zuschauer, wer, wenn es euch gefallen hat, ähm, ist es gut. Es freut uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ne, ich muss noch was sagen. Und zwar wegen Kommentar. Ich muss euch animieren, Kommentare zu machen. Ne, Spaß. Wenn ihr Fragen habt oder so zu diesem ganzen Thema oder ihr sagt, hey, anstelle so und so habt ihr den Begriff Oszilloskop verwendet oder, äh, Hashtag frag David frag Libby oder Action irgendwas. Und dann gehen wir beim nächsten oder übernächsten Video drauf ein, würde ich sagen. Also dieses Jahr vielleicht noch. Vielleicht. Jetzt haben wir erst mal noch Solar-Ding, müssen wir machen. Ja. Aber nicht heute. Leute, haut rein, schönen Abend noch, schönen Abend noch, schönen Mittag noch oder was auch immer. Tschüss. Na, ich würde gerne noch deinen Spruch hören. Ne, musst du ne sagen. Kannst'n? Ne, nicht wirklich. Jetzt kommt die Prüfung oder ich mach dich groß. Ne, komm. Und das Wichtigste ist, lasst euch nicht verarschen und verarscht euch nicht selbst. Richtig. Tschüss. 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 Tschüss.